Ich bin Anto Mary und ich beantworte eure Fragen ringsherum um Insekten und heute habe ich dieses Video zugeschickt bekommen. Hier sieht man ein Insekt, was so klein ist wie die Buchstaben selbst im Buch. Dies ist eine Staubblaus, nur ein Millimeter groß. Du hast sie vielleicht schon mal bei dir zu Hause entdeckt oder wie hier im Video im Buch. Hast du vielleicht auch ein spannendes Insekt getroffen und weiß gar nicht, was ist denn das für ein Insekt? Schick es mir gerne zu und ich komme auf dich zurück.